Kapiert? Nimm ja das Maul nicht so voll, sonst hau ich dir eins drauf. Ruhe, ihr redet zu viel. Und was gedenkst du ihr jetzt zu tun, Tangway? Ich werde zur Polizei gehen. Du wirst zum Teufel gehen. Pass auf, mein Freund, du hast keine Chance hier lebend rauszukommen. Was hast du davon? Dein Tod bringt mir anteilmäßig eine halbe Million. Keinen Cent wirst du kriegen. Wenn ich nicht. Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! 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 Ah! Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja, ja.